Suppe des Meisters der... Wie heißt das? Das heißt... Suppe des Meisters der Akupunktur. Komm bitte, die Hörstchenbude. Ich glaube, das ist echt ganz lecker. Nö, heute nö. Dann eben nicht. Warum bestellt ihr keiner zu essen? Frag doch mal nach. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, darf ich mir erlauben, Sie zu fragen, warum Sie nichts zu essen bestellen? Laber nicht, Alter! Ich will mal einen Wiener Schnitzel! Genau! Was ist mit meiner Frikadelle? Riechen jetzt mal eine Pizza her. Deine Pizza kriegst du am Ende der Straße. Im Supermarkt. Was der Boer nicht kennt, der Fritter nicht, ne? Gaumenrassisten! Alles Gaumenrassisten! Hammer! Du bist heute scheiß doch selber! Soherei! Da kommt man hier jahrelang hin und dann sowas...